Mit Shipper Arts & Crafts erfolgreich malen. Male deinen Liebling, jetzt auch in Farbe. Besorge dir hierfür zuerst das Male-deinen-Lieblings-Set mit den Farben und der Anleitung. Fotografiere deinen Liebling und drücke ein Bild von ihm aus. Dann das Bild direkt zur Shipper Arts & Crafts zur Umwandlung in eine Malvorlage schicken. Innerhalb von nur drei Wochen erhältst du die fertige Grundlage für dein Gemälde per Post. Und nun kann der Mahl-Spaß beginnen. Pinselstrich für Pinselstrich entsteht das fertige Gemälde. Male deinen Liebling und zaubere dir und anderen ein Lächeln ins Gesicht. Natürlich auch weiterhin in Schwarz-Weiß erhältlich und eben neu in Farbe. Male deinen Liebling von Shipper Arts & Crafts. Tschüss. аст